FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus Anlässlich des 20. Geburtstages von Karl Marx erschienen viele Abhandlungen, von denen einige auch das Verhältnis Marxens zum Judentum diskutierten, ohne allerdings, dass ein Konsens darüber erlangt wurde oder auch nur zu erlangen wäre. Jürgen Neffe, einer der Biografen, lässt das Problem auch weitgehend offen in dem Kapitel »Selbstbild und Fremdbild der ewige Jude« und stellt erst einmal nur Fragen. War Marx ein Antisemit? Über kaum ein Thema herrscht unter Marxianern, einige Linde gesagt, größere Meinungsvielfalt als über sein Verhältnis zur Religion seiner Geburt. Wie tief sitzt seine jüdische und religiöse Prägung? Hat er sich seines Judentums bis zum Selbstass geschämt? Sieht er sich selbst, unbewusst oder insgeheim, als jüdischen Propheten? Ist Kommunismus bei Marx ein religiös motiviertes Projekt, so wie der Marxismus als umgekehrt theologisches System beschrieben wird? Wie sehe Marx die heutige Bedrohung der in der abendländischen Welt entstandenen Werte der Aufklärung durch radikal rückständige Orthodoxien, sei es im Islam, im Christen- oder Judentum? Und schließlich, wie geht die Welt mit einem Ungläubigen um, der einen neuen Glauben verbreitet? Es gibt ja nun tatsächlich abscheuliche Äußerungen Marxens, vor allem privater Art. Die über Lassalle als jüdischen Nicker haben wir ja schon zitiert. Neffe widmete dem Verhältnis zu Lassalle ein eigenes Kapitel, indem er in gewissem Sinne Lassalle als Spiegelbild Marxens beschreibt. Marxens Einstellung war ambivalent, von Bewunderung und Hass gekennzeichnet. Lassalle starb am Ende an den Folgen eines Duells, bei dem aber der Verlobte der Tochter nicht erschien, also der Frau, die er eigentlich heiraten wollte, dessen Vater aber Lassalle nicht verstandesgemäß hielt, weswegen Lassalle ihn zum Duell aufforderte. Da kam dann der künftige Schwiegersohn und der konnte wohl gut schießen. Marx hielt seinen Tod für taktlos, achtete er Lassalle doch als Feind unserer Feinde, wie er an Engels schrieb. Aber Marx wunderte sich, wie ein so geräuschvoller, stiring, pushing Mensch, nun Maus tot ist und seinen Maul halten muss und kondoliert der Witwe doch in würdiger Form. Seien Sie überzeugt, dass niemand tieferen Schmerz über Lassalles weggerefft sein empfinden kann. Freuen Sie sich über eines. Er ist jung gestorben, im Triumph als Achilles. Andere Äußerungen, die im Kontext seiner ewigen Geldnot stehen, wie abfällige Bemerkungen über Leute, die nicht schnell genug sterben, um ihm etwas zu vererben, sind ebenso bekannt. Manche vor allem aus der rechtsradikalen Ecke nutzen solche Äußerungen, um Marx insgesamt als geldgierigen, gar mordlisternden Menschen zu schildern, der sogar Erfinder des Völkermords sein soll. Hierbei werden derbe, aber gar nicht wertende, sondern zynisch beschreibende Formulierungen, wie die von Engels über Völkerabfall auch erwähnt. In Klaus Törner, der ganze Südosten ist unser Hinterland, Deutsche Südost-Europa-Pläne von 1840 bis 1945, findet sich auch der Kontext solcher Formulierungen. Und wenn man nach Engels Völkerabfall googelt, bekommt man einen Ausdruck, den die Jungle World druckte. Da zeigt sich ein schwarzer Humor, den heute so mancher gar nicht versteht. Dass gerade diejenigen die große Furcht vor den Einsichten Marxens oder Engels haben, die es nutzen, damit niemand mehr ernsthaft sich mit heute noch aktuellen Einsichten Marxen beschäftigt, ist verständlich und berechtigt, aber verdient allenfalls Mitleid. Aber nun zu den Fragen, die Neffe hinsichtlich Marxens Verhältnis zu den Juden formulierte. Nichts davon, was wir am Anfang gesagt haben, ist aus der Luft gegriffen. All das wird diskutiert. Wer sich aber ein abschließendes Bild erhofft, wird enttäuscht. Selbst wenn die angesehenen Blätter für deutsche und internationale Politik zwei Experten die gleiche Frage stellen, war Marx Antisemit, dann können die Antworten der Kontrahenten kaum gegensätzlicher ausfallen. Der eine spricht von seiner gesinnungsbezogenen Judenfeindschaft, der andere entdeckt in Marx einen entschiedenen Kritiker des Antisemitismus. Beide berufen sich im Wesentlichen auf den Aufsatz zur Judenfrage im Werk des jungen Marx. Die Kontrahenten, das ist gemeint, ist einmal Michael Brumlick, dessen Thesen wir ja vor einiger Zeit schon zitierten, und letztere ist Hauke Brunkhorst, der aus dem Umfeld der Habermas Schule stammt. Letztere soll hier zitiert werden, weil Neffe darauf gar nicht eingeht und der Artikel noch Momente hinzufügt, die für uns eine gute Ergänzung sind zu dem, was wir schon über Marx uns die Judenfrage gesagt haben. Karl Marx war immer ein entschiedener Verfechter der bedingungslosen Emanzipation der Juden. Das zeigen die drei sukzessive schärfer werdenden Kritiken des 26-Jährigen an seinem vormaligen Förderer Bruno Bauer und dessen antisemitischen Auslassungen zur sogenannten Judenfrage im Jahr 1844, ebenso wie seine wenigen politischen Aktionen und spätere private Aufzeichnungen, insbesondere Briefe, in denen die sogenannte Judenfrage so wie gut wie keine Rolle mehr spielte. Die Judenfrage hatte sich für Marx mit der Erkenntnis erledigt, dass sie die falsch gestellte Frage ist. Der junge Marx war an der Diskussion insbesondere, insbesondere an den antisemitischen Attacken seiner Zeitgenossen, jedoch sehr interessiert. Schon 1842 ließ er sich von Nagobert Oppenheim sämtliche Aufsätze von Hermes gegen das Judentum schicken. In der Rheinischen Zeitung von 10. Juli 1842 konnte er dann Karl Hermes Apologie des christlichen Staates unter preußischen Zensur mit einer schneidenden Polemik. Er vergleicht Hermes spöttisch mit seinem antiken Namenswetter, dem Gott Hermes, der in der wiedergeborenen Gestalt des Publizisten Hermes rhetorische Knechtsdienste am toten Wesen des christlichen Staates verrichte. Dagegen verteidigt der Jurist Marx bereits in diesem Zeitungsartikel die uneingeschränkte politische Emanzipation aller Gesetzesadressaten vom Staat. Schon hier findet sich die ideologiekritische These zur begrenzten Rolle der Religion im Staat, die dann 1844 in der Schrift zur Judenfrage zum entscheidenden Argument gegen Bauer wird. Nicht der Untergang der alten Religionen stürzte die alten Staaten, sondern der Untergang der alten Staaten stürzte die alten Religionen. Gegen das christliche und aufgeklärte Vorurteil verteidigt Marx die Geschichtlichkeit des Judentums. Dieses war für Marx immer nur eine Religionsgemeinschaft, aber kein Volk, da er diesen Begriff der politischen emanzipierten Staatsbürgerschaft reserviert hatte. Nicht die Juden seien geschichtslos, sondern das christlich gefärbte Vorurteil Bruno Bauers und der Junghegelianer. Besonders scharf weist Marx, deshalb Bauer Hegels, entlehnte These zurück, wonach das Christentum der Verwirklichung universeller Freiheit begrifflich und zeitlich näher stünde als das Judentum, der geistig und geschichtlich weiter fortgeschritten sei als dieses. Hegel hatte dem Christentum auch in seiner Rechtsphilosophie einen klaren Vorrang eingeräumt und eine Parallelität von äußerem Staat und innerem Christentum konstruiert, an die Bauer in seinen Schriften zur Judenemanzipation anschließt. Überdies konstruiert Hegel die Philosophie der Geschichte noch nach dem inneren anti-judaistischen Muster der christlichen Eschatologie, in der das Judentum eine notwendige, aber im Vergleich zum Christentum unterentwickelte Stufe des Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit darstellt. Dem war auch noch Feuerbachs Religionskritik gefolgt, die von allen Jungkirchianern begeistert rezipiert wurde. Für Marx hingegen spielen Religion und Philosophie überhaupt keine konstitutive Rolle mehr in der Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft, die bei ihm an die Stelle des hegischen Geistes tritt. Er ersetzt Hegels konkretes, raumzeitlich, datierbares Phasenschema, orientalische, griechisch-römische, germanisch-christliche Welt. Durch abstrakte Begriffe der modernen Evolutionstheorie, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Gesellschaftsformationen, Klassenkämpfe, die von der konkreten Geschichte abgelöst sind und sich auf beliebige geschichtliche Phänomene anwenden lassen. Weder der Urkommunismus egalitärer Gesellschaften, noch die Sklavenhaltergesellschaften, oder der Feudalismus stratifizierter Gesellschaften, noch gar der moderne Kapitalismus sind an die Existenz eines historischen oder religiösen Geistes, wie etwa Webers protestantischer Geistes, Kapitalismus, gebunden. Sie können, wenn die materiellen Bedingungen, Stand der Produktivkräfte, bestimmte Klassenkonstellationen erfüllt sind, in Asien ebenso wie in Europa, in Afrika ebenso wie in Amerika entstehen. Der Geist, die philosophische oder religiöse Selbstbeschreibung der Gesellschaft, die auch für Marx wichtig bleibt, folgt den großen Umwälzungen der politisch-ökonomischen Basis, langsamer oder rascher, dann aber in allen verschiedenen Kulturen, Religionsgemeinschaften und Diskursformationen in gleicher und ähnlicher Weise. Zwar können im Modell des historischen Materialismus kognitive Fortschritte, aber auch normative Einsichten einen für die Entwicklung von Produktivkräften und Klassenkämpfen wesentlicher Rolle spielen, aber nicht so sehr als konkrete Glaubensmächte, sondern vielmehr als abstrakte Argumentationsmuster, etwa einer postkonventionellen Moral, die sich in beliebigen kulturellen, religiösen oder säkularen Diskursen und Gemeinschaften verwenden lässt. Brunkhorst stellt Marx als entschiedenen Kritiker des Antisemitismus heraus. Wir haben ja beide Seiten betrachtet, aber vor allem den späten Marx nicht bloß die Judenfrage herangezogen, aber hier zeigt sich, dass das auch die Judenfrage bei Einschwächen doch auch, zwar nicht ökonomisch, aber politisch bereits, mehr Potenzial enthält, als manche Interpreten wahrhaben wollen. Der Quelle Neffis lohnt es durchaus nachzuforschen und die gut belegten Thesen seien auch noch zitiert. Marx war nicht nur einer der wenigen, die sich für die bedingungslose Emanzipation der Juden einsetzten, sondern vermutlich der Einzige, der die Judenemanzipation und nur die Judenemanzipation sehr realistisch und ganz offensichtlich aus jüdischer Perspektive zum Kriterium des politischen Fortschritts der modernen Gesellschaft gemacht hat. Zitat Marx, Staaten, welche die Juden noch nicht politisch emanzipieren können, sind als unentwickelte Staaten nachzuweisen. Die Religionsfreiheit ist für Marx also ein subjektives und politisches Freiheitsrecht, ganz genauso wie die Rede- und Assoziationsfreiheit. Politische Emanzipation ist ein Menschenrecht, das Marx als ein historisch entstandenes Recht versteht, das jeden Menschen qua Geburt als positiv-rechtliche Bedingung öffentlicher Autonomie zugeschrieben wird. Am weitesten fortgeschritten ist sie, wie Marx unter Berufung auf die Amerika-Bücher Beaumonts, Torquels und Hamiltons feststellt in den Vereinigten Staaten. Aber auch dort ist die Mitte des 19. Jahrhunderts noch lange nicht vollendet, werden doch bei allgemeinen Wahlen der einen Stimme jedes Platagenbesitzers drei Viertel der Stimmen seiner Sklaven hinzugezählt. Auch hier widerspricht die Verfassungsnorm nach Hegel der Begriff der Verfassung immer noch der von ihr verfassten Wirklichkeit. Die politische Emanzipation bezeichnet Marx ausdrücklich als einen großen Fortschritt. Er begründet das damit, dass die staatsbürgerliche Gleichheit den Menschen nicht etwa von der Religion befreit, sondern den Menschen seine Volkszugereichkeit und seine Religion, was immer sie sei, Buddhismus, Heidentum, Atheismus, Protestantismus, Judentum, Katholizismus, Kommunismus, Platonismus, Materialismus oder eine private Marotte von der Herrschaft des Privilegs und der privilegierten Religion des Christentums über alle andere Religionen und Völker. Marx geht davon aus, dass die Pluralität der Völker und Kultur noch in einer künftigen Gesellschaft erhalten bleibt. Deshalb verspottet er Bauers These, die Vielfalt der Völker werde eines Tages verschwinden als leere Prophezeiung über den Verfall der Nationalitäten. Na gut, das 19. Jahrhundert kannte das Stadium der Globalisierung heute natürlich noch nicht und da scheint Marx zwar die seriösere Position eingenommen zu haben, jedenfalls zu der Zeit, aber Bauer hat langfristig doch recht bekommen. Die antimodernen Bewegungen auf dem Boden der Moderne wie der Islamismus heute wollen diesen Verfall der Nationalitäten, der ja tatsächlich eintritt und sich zeigt, wenn allein schon die Flüchtlinge sich mit Smartphones bewaffnen und die Ressentiments entstehen, nicht weil sie so wahnsinnig fremd sind, sondern dann doch nur dasselbe tun wollen, was auch das aseptische Mittelstandsneutrum tut und will. Und diejenigen, die sich gerne eine sogenannte Identität verschaffen wollen, indem sie sich gegen das Fremde abgrenzen, wird ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie den hiesigen allzu sehr gleichen und fremd sein sollen und keine Anstalten machen, dann die Exoten zu spielen. Allerdings sind es die Ausnahmen, die hier die Regeln bestätigen und es kommt klammheimliche Freude auf, wenn es wie auf der Gölner Domplatte zu sexuellen Übergriffen kommt, allerdings weniger spontan, sondern von islamischen Führern organisiert. Paradoxerweise werden solche Dinge die von eher Konservativen als Islamisierung registriert werden, eher Gegenbewegungen gegen Islamisierung in der Politik erzeugen und selbst die AfD ist auch nicht mehr als ein unfreiliger Retter genau der Islamisierung, die sie vorgeben zu verhindern und willige Diener der Verharmlosung der Gefahren des Islams. Wie schon oft betont, sind die Muslime im Schnitt besser als ihre Kultur. Nur dass die in Deutschland lebenden Türken, die hier wählen dürfen, zu zwei Drittel ausgerechnet Erdogan wählen, ist etwas, was einen fragen lässt, was sie in ihrem Schädel herumtragen. Gehirn kann das ja nicht sein. Noch kurz die Einschätzung, Brunkholtz zum Fortschritt der Emanzipation, der heute ja eher hintertrieben wird. In Marx' Äußerung zur Judenfrage gibt es nur ein einziges, aber sehr klares Beispiel für das, was er sich unter dem Fortschritt von der politischen zur menschlichen Emanzipation vorstellt. Dieses Beispiel weist die Unterscheidung von politischer und menschlicher Emanzipation als von vornherein antisemitismuskritischer aus. Diese hat nicht mehr den Anti-Judaismus des christlichen Privilegs, sondern den damals bereits erkennbaren, viel gefährlicheren Antisemitismus der modernen bürgerlichen Gesellschaft zum Gegenstand. Die düstere Kehrseite der politischen Emanzipation, ihr Beitrag zur Dialektik der Aufklärung, ist die Verwandlung des privilegierten Anti-Judaismus in gesetzlichen Antisemitismus. Die historische Erfahrung hat Marx recht gegeben, die am Ende erfolgreiche Geschichte der politischen Emanzipation auch der deutschen Juden, die er nicht mehr erlebt hat, hat sie nicht vor Verfolgung und Vernichtung bewahrt. Auch das gehört zum ambivalenten Schicksal des Liberalismus im totalitären Staat. Was für Marx ein großer Fortschritt ist, die politische Emanzipation, droht, wie er gleichzeitig erkennt, den eigentlichen Wert des je besonderen Lebens und seiner Welt zu vernichten und in Regression zurückzuschlagen. Auch hier wäre noch von Marx zu lernen, auch wenn er das Judentum vor allem religiös betrachtet, was allerdings bei Marxisten zum Beispiel in der Einschätzung Israels zu äußerst problematischen Auffassungen führt, die leicht in Antisemitismus umschlagen können und umgeschlagen sind, wenn man den eliminatorischen Antizionismus als neue Variante des Antisemitismus bedenkt, der ja auch in der Terrorlobby BDS vorliegt. Neffe, den wir hier stellvertretend für andere, von denen die Neueren sich ja auch darauf berufen, geht über die Judenfrage bei Marx hinaus und sieht da auch die, auch noch die abfälligen Bemerkungen beim späten Marx. Doch auch der reife Marx, schreibt er, hat Sätze über das Jüdische abgesondert, die seinen Landsnachfahren und erst recht ihren Freuden auf dem Boden Israels aufrichtige Empörung abnötigen können. Es muss einen Grund haben, warum er sich, wenn auch vorwiegend im privaten Postverkehr ausgerechnet, seinen Stammesbrüdern und manchmal auch Schwestern gegenüber so ausgesucht abstoßend ausdrückt. Jedenfalls meint er nicht nur den Kapitalisten Juden, wenn er sich ein ums andere Mal über Abkömmelige des Volkes Israel auslässt. Mal moniert er die kleinjüdische Kalkulationsgabe, mal mokiert er sich über die jüdischen ultrareaktionären Wiener Bankiers oder er lästert über einen süßgrinsenden Schacharer. Dann wieder reibt er sich an einer lydisch geneselten Bemerkung, an einer zynisch schmierzudringlichen Marquis-Juden-Manier und im Kapitalist zu lesen, dass alle Waren, wie lumpig sie immer aussehen oder wie schlecht sie immer riechen, im Glauben oder in der Wahrheit Geld innerlich beschnittene Juden sind. Im Originalmanuskript von Marx steht übrigens verschnittene Juden, was dann eine gewisse Doppeldeutigkeit bedeutet. Wir hatten das ja schon dargestellt und diese Formulierung innerlich beschnittene Juden auf einen Brief von Paulus aus der Bibel hergeleitet. Und diese Waren sind dann ja eigentlich die Christen, wenn man es genau nimmt. Engels meldete Marx aus dem Urlaub in Ramsgeht viel Juden und Flöhe hier selbst. Seine Tochter Jenny erzählte über das Altern der Frau seines Arztes. Die Heuchelei einer griechischen Nase ist dem treu-jüdischen Typ gewichen. Alles an ihr sieht ziemlich verschrumpelt und vertrocknet aus und die Stimme hat den gutturalen Klang, mit dessen Fluch das außerwählte Volk bis zu einem bestimmten Grade beladen ist. Ja, das sind Dinge, die wir ja schon im Kontext der Behandlung jüdischen Selbsthasses diskutiert haben, die man bei Marx allerdings nicht finden kann. Neffes Einschätze ist dann ja auch psychologische Natur. Also da fragt sich dann, was mag Marx selbst vom Kind an erlebt haben an Verachtung und Ausgrenzung wegen seiner jüdischen Herkunft? Welche Verletzungen muss er seines Aussehens einstecken? Seine Art, die in Berichten über ihn immer wieder hervorgehoben wird. Marx kann in seinem Jüdischsein nicht entgehen und das weiß er auch. Er sieht es im Spiegelbild auf, dass er mit gleichen Augen blickt wie auf andere Juden. Wenn er sie verhöhnt, verspottet er sich selbst mit den altbekannten Vorurteilen. Der häufig beschriebene Selbsthass kommt nicht aus sich und bleibt nicht bei sich. Er saugt sein Gift im Vergleich und zielt auf Verwandte. Das lässt sich genauso wenig abschütteln wie die eigene Haut. Der Historiker und frühe Engelsbiograf Gustav Mayer urteilt 1920 ungerecht und einseitiger als Marx hat kein Fremdblütiger über das Judentum abgeurteilt. Fremdblütig klingt erstens wie aus dem Wörterbuch der Xenophoben. Im jüdischen Sinne ist Marx das zweitens ebenso wenig gewesen wie im Nazisystem der Rassereinheit. Der Begriff Antisemitismus meint kommt erst nach Marx Tod auf das von Rassismus stammt aus dem 20. Jahrhundert. So heikel verächtlich seine Haltungen zum Judentum daherkommen so knifflig ist es sie über diese Leisten zu schlagen. Marx ist genauso Antisemit wie Macho oder Frauenausbeuter aus heutiger Sicht ein klarer Fall in einer Zeit ein Mann des Mainstreams. Er ist mit seinen Ansichten beileibe nicht allein. Das macht es nicht besser aber vielleicht weniger schlimm. Na gut solche Ausreden sollte man lieber nicht verwenden. Dass der Nachbar auch ein Schwein ist, damit kann man niemanden herausreden. Das ist ein ebenso blöder Versuch wie der sekundäre Antisemitismus der eine Obsession auf Israel hat um dort geeignete Schuldige zu finden dummerweise meist auch nur Projektionen ausübt. Nun heute wollen wir ja dokumentieren und nutzen dazu Jürgen Neffes Biografie aus ich habe auch noch andere Sachen aber ich konzentriere mich jetzt erstmal hierauf die eine gute Zusammenschau ist noch ein wenig weiter im Text. Genau wie in seinen eigenen Bemerkungen zeigt sich der alltägliche Rassismus die Ausgrenzung anderer aufgrund abweichender biologischer Merkmale umgekehrt in Skizzen über den Israeliten Marx das ist umso bemerkenswerter als er seine jüdische Herkunft nie prominent proklamiert hat oder gar problematisiert. Gerade zweimal in Briefen an seinen jüdischen Onkel Leon Phillips also Schrift mit äußerst brillantem Lesekreis bekennt er sich unser Stammgenossen die Israeli hat sich in dieser Woche wieder sehr blamiert und ein andermal noch deutlicher seitdem jedoch da wen unsere gemeinschaftliche Abkunft von den Affen bewiesen hat kann kaum noch any shock whatever unseren Ahnen stolz erschüttern Es geht um Biologie nicht um Glauben ums Anderssein einer Minderheit aus Sicht der Mehrheit so schmerzlich das heute daherkommt so herzlich normal ist es für Zeitzeugen wenn sie Marx mal mehr mal weniger wohlwollend als Juden malen meinen sie nicht den Kapitalisten Typen dazu gibt er nichts eher sie zielen auf Eigentümlichkeiten einer elitären Abstammungsgemeinschaft als die sich der Judaismus ja auch versteht dieses kleine Volk hat eine so ungewöhnlich hohe Zahl an bedeutenden Denkern Wissenschaftlern und Künstlern hervorgebracht dass es sich nicht einfach ignorieren lässt drei der großen vier der Neuzeit Darwin Marx Freud und Einstein gehören dazu das passt nicht in die Durchschnittsformel damals so wenig wie heute so wie Marx seinesgleichen sieht so sehen andere ihn als irgendwie unterschiedlich vom Rest natürlich Marx war Jude so der spätere englische Sozialisten Führer Henry Myers Hinten und mir schien als vereinigte er in seiner eigenen Persönlichkeit und Gestalt mit der gebieterischen Stirn und den starken überhängenden Brauen den feurig blitzenden Augen der breiten sinnlichen Nase und dem beweglichen Mund das Ganze umrahmt von ungepflegten Haar und Bart den gerechten Zorn der großen Propheten seiner Rasse mit dem kalten analytischen Verstand eines Spinoza und der jüdischen Doktoren seiner Mutter klagt Arnold Ruge Marx sei ein ganz gemeiner Kerl und ein unverschämter Jude Eduard von Müller Tellering Neue Rheimische Zeitung als Wiener Korrespondent tätig nennt ihn nach seiner Abkehr einen aufgeblasenen Juden der demokratischen Knoblauch ausdünstet die wiederkehrende Thematisierung seines Judentums wirft Licht auf das europäische Menschenbild jener Tage bei Katholiken oder Protestanten wie Marx auf dem Papier einer ist und nicht einmal bei Atheisten wie ihm wird die Glaubensrichtung vergleichbar häufig erwähnt sie gehört zu keiner einheitlichen Volkgruppe mit Einungswert wie Juden offenbar schon jenseits seines Jüdischseins ist Marx halb Deutscher halb Holländer doch kaum jemand käme auf die Idee das zu betonen Marx blieb ob getauft oder ungetauft Jude stellt sein früher Biograf Otto Rühle 1929 fest als solcher ohne weiteres erkennbar und darum wo er ging und stand belastet mit dem Odium seiner Rasse armer Jude immer Jude egal woran einer glaubt oder nicht Er hat einen intellektuellen Kopf wiederholt ein Reporter den im Alter interviewt das Klischee und das Äußere eines gebildeten Juden Haar und Bart sind lang und eisengrau die schwarzfunkenden Augen werden von buschigen Braun überschattet Bakunin das hatten wir auch schon schildert sein Widersacher wenig freundlich Marx ist seiner Herkunft nach Jude man kann sagen dass er alle Vorzüge und alle Nachteile dieser begabten Rasse in sich vereint empfindlich und nervös bis zur Feigheit wie einige behaupten ist er außerordentlich ehrgeizig und eitel streitsüchtig unsoltsam und absolut wie Jehova der Herrgott seiner Vorväter und wie dieser rachsüchtig bis zum Wahnsinn solche Art Typologien berühren in keiner Weise den Alltagsjuden die Marx ihn stellvertretend für den Kapitalisten anfuhr aber erst recht nicht den Sabbatjuden der Tora sie klassifizieren eine Sorte Mensch die sich in Physiognomie und Verhalten bemerkbar macht die Achtung vor dem außergewöhnlichen Intellekt seinem unerbittlichen jüdischen Schafsinn steht auf einem anderen Blatt als die Anschauung eines Menschen der äußerlich einem Muster entspricht das natürlich auch Marx kennt man weiß das ja von Mendelssohn ein Soldat trifft ihn da auf der Straße und sagt womit handelt ihr jüd mit der wahre mit der ich handel könnt ihr nichts anfangen mit Geist mit Geist sagt der Philosoph das ist bis heute wohl auch geblieben als Stereotyp Jürgen Neffe verweist auch auf äußere Merkmale etwa die dunklere Hautfarbe Marxens weswegen er auch von Freunden der Moor genannt wurde und offensichtlich entsprach er auch den Stereotypen seiner Zeit wie ein Jude aussehe er wurde wohl auch oft daran erinnert dass er aus einer Rabbiner Familie stammt so dass Neffe den Widerspruch dass unter dem Konterfei von Marx und der Sowjetunion Beamte die den konnte er da ja auch anführen bis heute wäre Marx ja was er zur Nazi Zeit war Jude reinster Art wie er ja auch in Hitlers Mein Kampf geschildert wurde Bücherverbrennung hätte Marx verurteilt aber doch über die Verbrennung seiner Bücher gelacht als ob Gedanken sich verbrennen ließen na gut so viel Idealismus muss sein die Konversion der Familie Marx hat ihn um das Amt als Oberhau der Synagoge wie der Dichter Freie gerade bemerkte gebracht aber es geht ja noch weiter wenn man bedenkt wie Marx auch noch in Beziehung zum Judentum gebracht wird indem der Kommunismus als so eine Art Heilsgeschehen be- und vorerutort wird was bis heute ja der Fall ist trotz und oder auch wegen der Religionskritik Marx Neffe schmiegt sich hier durchaus rechtens den Zeitgeist der Marx Interpreten die mit Kommunismus nichts im Sinn haben an dann nochmal neben Attitüde und Habitus wird Marx auf zweite Weise mit einem Juden in Verbindung gebracht als jüdischer Prophet in dieser Perspektive erscheint er wie ein moderner Moses der das geknechtete Volk der Arbeiter aus der Gefangenschaft des Kapitalismus durch das Jammertal der permanenten Revolution in die Freiheit führt die seltsamer Weise auf den Namen Kommunismus hört dazu präsentiert er ihnen die Tafeln seiner Theorie das ist eine Anspielung auf die Gesetzestafel in seiner Schrift der Jude in Karl Marx schreibt Gustav Mayer zu dessen 100. Geburtstag 1918 also vor 100 Jahren alle die Marx bekämpfte und wen bekämpfte er nicht schaltet in den verbortenen Fanatismus mit dem dieser einzelne Mann unbekümmert davon dass fast noch niemand auf ihn hören wollte sich zu einem einzigen Gedanken bekannte und über seine unbegreifliche Besessenheit der einer Sieghaftigkeit dieses einzigen Gedankens niemals auch nicht nach der Niederlage ein Zweifel kam woanders hat solche starre Glaubigkeit die den Zeitgenossen lächerlich der Nachwelt erhaben vorkommt ihre Vorbilder als bei den Propheten Israels und Judas Marx weiß wie es heute heißt wo man die Menschen abholen muss nämlich da wo sie sind im Spannungsfeld zwischen Glauben Kirche und Staat nicht bei dessen Verneinung sein Witten gegen die ganze Welt nutzt auch die christliche Religion als Ventil wiederum in einem publizistischen Text 1847 für die Deutsche oder Brüsseler Zeitung geschrieben macht er seinem Herzen stellvertretend Luft die sozialen Prinzipien des Christentums haben jetzt 1800 Jahre Zeit gehabt sich zu entwickeln und bedürfen keiner fernen Entwicklung durch preußische Konsidorial Räte die sozialen Prinzipien des Christentums haben die antike Sklaverei gerechtfertigt die mittelalterliche Leibeigenschaft verherrlicht und verstehen sich ebenfalls im Notfall dazu die Unterdrückung des Proletariats wenn auch mit etwas jämmerlicher Miene zu verteidigen die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Notwendigkeit einer herrschenden und einer unterdrückten Klasse und haben für die Letztere nur den frommen Wunsch die Erste möge wohltätig sein die sozialen Prinzipien des Christentums erklären alle niederträchtigen der Unterdrücker gegen die Unterdrückten entweder für gerechte Strafe der Erbsünde und sonstigen Sünden oder für Prüfungen die der Herr über die Erlösten nach seiner unendlichen Weisheit verhängt Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Feigheit die Selbstverachtung die Erniedrigung die Unterwürfigkeit die Demut kurz alle Eigenschaften der Kanalie und das Proletariat das sich nicht als Kanalie behandeln lassen will hat sein Mut sein Selbstgefühl sein Stolz und sein Unabhängigkeits Sinn noch viel nötiger als sein Brot Die sozialen Prinzipien des Christentums sind duckenmäuserisch und das Proletariat ist revolutionär Das konnte Marx natürlich noch so sagen Wenn wir heute in die Wirklichkeit sehen wird das etwas anders sein Vom Judentum ist hier keine Rede Jeder lässt im Leben Dinge hinter sich ohne dass sie dafür an Wert einbüßen müssten Die Juden als Volk ohne Vaterland könnten zwar Vorbild für Marx Außerkorn als Volk gewesen sein aber sie sind es nicht selbst diesen Part übernimmt bei ihm das Proletariat Das ist also eine gängige Interpretation die sich auch mit Marx belegen lässt Aber das Politeariat wird bei Marx bekanntlich ja nicht romantisiert wenn man die fünf Kanonaden gegen die Politen bei ihm auch manchmal liest und Marx beschreibt das dann so gute reine Luft die Pest Atmosphäre der englischen Kellerwohnung große Naturschönheit die fantastische Lumpenkleidung der englischen Armen und das welke zusammengeschrumpfte Fleisch der Weiber die von Arbeit und Elend verzerrt sind die Kinder die auf dem Mist liegen die Missgeburten welche die Überarbeitung in der einförmigen Mechanik der Fabriken erzeugt allerliebste letzte Details der Praxis die Prostitution der Mord und der Galgen Neffe spricht dennoch von Moses Version der Marx Geschichte von Führer ins gelobte Land das wurde oft meist als Todesurteil der Marx Theorie behauptet die ausführlichste Abhandlung die Marx jüdischen Humanismus zum Thema hat ist Masiceks Buch das wir ausführlich dargestellt haben der scheint Neffe allerdings nicht zu kennen dürfte wohl auch zurzeit vergriffen sein da wird nachdrücklich betont dass Marx den Kommunismus nicht als esiatologisches Ziel menschlicher Entwicklung betrachtete sondern als Bewegung die den bestehenden Zustand aufhebt und das unter Bedingungen die wir erst heute langsam erreichen die ostzonalen Herausgeber der MEW also der Marx Engels Werke mussten ja als sie die deutsche Ideologie veröffentlichten die zur Lebseite Marx von Verlegern abgelehnt wurde und seinerseits kein Buch wurde die notwendigen Bedingungen die Marx formulierte relativieren sie gelten Zitat dieses Zentralkomitee nur für die Periode des vormonopolistischen Kapitalismus das hören die heute auch immer gerne ich erinnere mich an eine Diskussion wo Hans Werner Sinn also ein Neoliberaler der mal in der Studentenzeit auch Marx gelesen hat also wie Sinn Sarah Wagenknecht er als Marx Kenner sich gerierend tatsächlich über den Mund fuhr als diese betonte dass es bei Marx keinen Geschichtsautomatismus gebe sondern die Praxis wichtig war für eine Revolution es gibt so einige Stereotypen der Marx Interpretation an denen seine Gegner gern festhalten auch wenn das nur Fake News sind wie man das heute nennt die da verbreitet werden Neffe zitiert solche Dinge auch herbei die ja dann später Marxisten und Nicht-Marxisten vertraten zu denen sich auch Marx zählte Ich bin kein Marxist heißt es in einem Brief allerdings im Kontext einer Kritik an seinem Schwiegersohn Lafargue also der Kontext ist dass er da sagt also also wenn das was dort geschildert wird Marxismus sei dann bin ich kein Marxist diesen Kontext der wird meistens übersehen aber die Auffassung dass er kein Marxist sei ist auch verallgemeinerbar aber man muss natürlich wissen in welchem Kontext das damals stand und dann nochmal weiter zu Neffe er war schreibt der jüdische Autor Richard Friedenthal in seiner unvollendet gebliebenen Marx-Biografie von sich überzeugt bis zur Selbstvergottung und zum Messianismus der nun bei ihm nicht auf das jüdische Volk bezogen sondern auf das Proletariat übertragen wurde dass ihn als das von der Geschichte außerwählte Volk galt diese Deutung führt bei Marx nicht zu innerer Unsicherheit und Zerrissenheit wie manche vermuten sondern eher zu größerer Sicherheit und Überzeugung er habe ein für alle Mal das Welträtsel gelöst sollte irgendetwas in Marx ihn in diese Richtung getrieben haben dann war dieses etwas sehr erfolgreich zieht man sein Nachleben in Betracht in den Augen seiner Bewunderer ist er schon zu Lebzeiten der jüdische Prophet und Autor einer Art heiligen Schrift die Religion als die der Marxismus vielfach eingeordnet wird hat mit dem Christentum gemeinsam dass sie wie bei Jesus erst von Nachfahren geschaffen wird zu diesem Drehbuch passt das Bild des Deserteurs der das Judentum hinter sich lässt der sich über die Religion seiner Altväter hinweg setzt der einen völlig neuen Weg weist welche zwar wie Utopie daherkommt aber keine ist sondern als gangbar erscheint dann aber folgt er dem uralten Muster der Söhne die sich ihren Vater beweisen müssen es kommt dabei nicht darauf an ob man die kleinen Kämpfe verliert sondern ob man die großen gewinnt indem es ums Ganze geht Staat, Gesellschaft, Wirtschaft Menschheit, Religion das sind die Felder auf denen Marx seine Einsätze platziert damit positioniert er sich selbst im Olymp bevor ihn andere dorthin befördern können soweit zu Neffe und jetzt werde ich nochmal einige Beispiele bringen was man dann zu Marx immer schreibt also auf Konsistenz liegen die gar nicht mehr so wert also zu mehrere Biografien erscheinen also zum 200. Geburtstag und jetzt mal einige Sachen die immer gerne Kapitalisten oder Religionen waren abzulehnen ganz gleich ob jüdisch oder nicht Marx unterschied zwischen dem Einzeljuden und dem Kollektiv in dem Einzeljuden die gleiche Stelle zugestand wie jedem einzelnen Kapitalisten dagegen war für ihn das jüdische Kollektiv dem Untergang durch Auflösung geweiht und konnte diesem Schicksal so wenig entgegen wie jede andere kapitalistische Formation für Marx waren die Juden eine besonders hässliche kapitalistische Formation wie es Schlomo nach Amann einmal formuliert hat die vom Status des kleinen Geldgeschäfts zum Bankwesen aufgestiegen waren er interessiert sie sich nicht für Juden und ihr Schicksal um ihrer Selbstwillen sondern weil sie ihm ermöglichen an ihnen seine Analyse der Zukunft des Kapitalismus aufzuzeigen beziehungsweise die Erlösung der Menschheit vom Schacher in jeder Form und allgemein um nachzuweisen da scheinbar religiöse und andere spekulative Fragen sich in gesellschaftliche Fragen auflösen die Fragen der menschlichen Emanzipation war was auch oft benutzt wird Marx war arm sein Leben lang knapp bei Kasse und dadurch sogar existenziell bedroht Interpretationen wurden nach Schulden ihnen kalt gelassen und finanzielle aus Ägypten anschlossen wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite der sich mit einem Nicker kreuzten nun diese Verbindung von Judentum und Germantum mit einer nigerhaften Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen die Zudringlichkeit des Burschen ist auch nigerhaft also das bezog sich jetzt auf Lassalle das wollte ich nochmal nachtragen zusammengestellt ist das in Art von Ludger Josef Heid zum Thema Marx und Judenfrage dort finden sich auch noch so andere geschmacklose Wendungen und obszöne Bemerkungen wenn es sich um Mäusche Moses Hess oder Ferdinand Lassalle handelte also Formulierung Baron Itzig Ephraim Gescheit den kraushaarigen Necker dies ausgerechnet von dem strubbelköpfigen Marx der im eigenen Familienkreis und für seinen engsten Freund Friedrich Engels den Spitznamor führte das hatte ich schon oft genug hier eigentlich gebracht also Jüdel Itzig Vornehmer Jüdischer Baron Baronisierter Jude das sind also so unartige Bemerkungen das geht auch bis zu rassistisch und nicht also wenn Marx da schreibt es ist mir jetzt völlig klar dass er wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist von den Negern abstammt die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen wenn nicht seine Mutter oder Großvater also von väterlicher Seite sich mit einem Neger kreuzten das bringt er ja dann auch noch mit der Abstammung von Moses zusammen dann behauptet der Heid unter Antisemitismus hatte Marx wohl kaum zu leiden was nicht so ganz stimmt aber er schreibt ja auch es wäre falsch wie oberflächlich Marx antijüdische Attitüden vom Phänomen des jüdischen Selbsthasses abzuleiten und das kann sich ja eigentlich daher leiden ein Druck der Gesellschaft einer antisemitischen Gesellschaft Marx hat an Selbsthass ob jüdischen oder sonstigen weniger gelitten als irgendein anderer bedeutender Mensch man kann ihm allenfalls eine übertriebene Selbstgefälligkeit zuschreiben er hat nie an sich oder nur am geringsten gezweifelt noch stand er im Ruf selbstkritisch zu sein oder kritik widerspruchs los hinzunehmen und nie hat er seine Abstammung von langen Rabbinereien bis weit ins 16. Jahrhundert als Belastung empfunden er hat es einfach nicht erwähnt und das war nicht einmal eine Verdrängung Marx hat weniger als andere getaufte Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter Judenfeindschaft zu leiden gehabt zumindest hat er selbst sich solchen Leiden ganz entschieden verschlossen weder verschwendete Marx auch nur einen Gedanken an das Problem der Abkehr seiner rabbinischen Großväter noch hat er überhaupt jüdisch-religiöse Fragen sonderlich ernst genommen Wir haben ja schon gesehen wie sehr Marx immer Selbstkritik übte also so ganz stimmte das auch nicht und das Kapital ist mit Gewissheit deswegen nicht fertig geworden weil Marx sich ständig wieder korrigierte und wenn er zweifelte an irgendwelchen Dingen Fall der Profitrate und solche Dinge versuchte dies noch besser zu lösen Also der Druck unter den Jungkegelianern war ja eigentlich sehr groß weil da also alle religiöse sowieso schon und die Juden insbesondere dort immer wieder abgewertet worden ist und das muss dann immer damit Marx strotzt also vor Selbstbewusstsein nicht das wird dann immer das stimmt hier auch ein bisschen in der Marx war von sich selbst überzeugt bis zur Selbstvergottung das hatte ich auch schon erwähnt solche Dinge finden sich also in solchen biografischen Abhandlungen wie diesen Dr. Ludger Josef Held ich habe hier noch andere Beispiele schöne da sind dann auch noch mal so paar Anmerkungen die haben wir noch nicht immer bei Masi Check gefunden also Martin Kraus hat da so einige Sachen geschrieben also zur Brit Mila also der Beschneidung Karl Marx hatte keine aber sein drei Jahre früher geborener Bruder Maurits David der 1819 an den Stab wurde rituell beschnitten also am achten Tag Mutter Henriette schrieb 1853 lange nach ihrem Übertritt es scheint das Los des Volkes Israels wieder bei mir in Erfüllung geht dass meine Kinder in alle Welt verstreit werden Heinrich Marx blieb weiter in engen Kontakt zu seinem Bruder dem Rabbiner und war auch für viele in der jüdischen Gemeinde Trier anwaltlich tätig also das mit der Konversion war also nicht so dass man sich da übermäßig abgrenzen musste es war wichtig um dort als Jurist zu arbeiten dass man konvertierte aber die Kontakte und da wird dann auch noch mal erwähnt dass Michael Brumlick da also eine andere Thesen vertrat nicht also Unsinn sagt der Sozialwissenschaftler Micha Brumlick zu Thesen über talmudisches Denken bei Marx Die Dialektik kommt von den Linkshegelianern Denen hätte Karl Marx vermutlich zugestimmt er wollte nichts mit seinen jüdischen Wurzeln zu tun haben Als nach dem Tod seiner Frau Jenny 1881 Marx Schwiegersohn Charles Longway schrieb bei der Heirat von Karl und Jenny habe es Probleme gegeben Schließlich ist der berühmte Sozialist von jüdischer Herkunft reagierte Marx wütend Vorurteile dass der Enkel eines Rabbiners und die Tochter aus christlich-preußischen Hause heiraten habe es nicht gegeben und auch Krauss weist natürlich auf diese ganzen Dinge hin etliche Ressentiments die von Hass auf Juden geprägt sind die allerdings vom Zeitgeist unkritisch übernommen wurde also das wirkt so manchmal würde ich dann irgendwie also eine Dieb-Methode nicht wenn da Marx Verhalten dann immer beschrieben wird nicht auch Krauss bringt natürlich diese ganzen Krauss Haarger Neger Jude und so was über Ferdinand Lassalle wieder an Ach ja die schon erwähnte Stelle das war von Wolfram Weimar der Zeitung Person der Woche Karl Marx war Antisemit und Rassist das war dann sicher also im 5. Mai 2018 wo nicht Deutschland würdig seinen größten Ideologen dann weiß man schon wo der Hase lang läuft Karl Marx geboren vor 200 Jahren am 5. Mai 1818 in Trier wird von Rechten verteufelt und von Linken wie ein Idol gefeiert unzählige Symposium Bücher Leitartikel aber da möchte er natürlich erstmal so ein bisschen da hat er dann einen kleinen Abschnitt aggressiver Schmarotzer jenseits der politischen Debatte ist nun auch der Privatmensch Karl Marx näher ausrecherchiert worden das Bild das dabei zutage kommt ist freilich denkbar düster denn die Forschung zeigt dass Marx nicht nur ein Mann mit chronischen Geldproblemen war der sich als aggressiver Schmarotzer auf Kosten von Familie und Freunden unbankbar durchs Leben schlug und selbst seine armen Mutter rücksichtslos das letzte Witwengeld erriss wir hatten das ja schon gehabt dass das ganz so dann auch nicht war er war natürlich immer in Geldnot Verwandte die aus seiner Sicht zu alt wurden beschimpfte als Erbschaftsverhinderer über die schwere Krankheit eines Onkel schrieb er an seinen Freund Engels stirbt der Hund jetzt bin ich aus der Patsche heraus als dessen Tod dann drei Jahre später eintrat rühmte Marx das als a very happy event auch seine Frau und seine Kinder gegenüber war Marx von einer irritierenden Brutalität das sahen die allerdings anders wenn sie da über Marx etwas schrieben so schildert Uwe Wittstock das ist dann auch eine weitere Biografie in seinem brillanten Biografie wird die als brillant bezeichnet naja Karl Marx beim Barbier minutiös die Alltagstagöden in der Familie Marx so eine Affäre die Marx mit seinem eigenen Dienst und Kindermärtchen Helene Demut hatte 1851 wurde aus dem Ehebruch ein Kind namens Hendrik Frederik geboren Marx zwang die Mutter darauf hin das Kind wegzugeben und Pflegeeltern zu überlassen er kümmerte sich nicht um das Schicksal des Sohnes der bestenfalls gelegentlich seine Mutter besuchen durfte dabei aber wie ein Hund nur durch die Hintertür und bis in die Küche hereingelassen wurde Johann nicht in Erwindung blieb das natürlich für das Kind gesorgt worden ist Friedrich Ingels hat finanziell das großen Teil getragen aber das man weiß also wie der Hase läuft wenn es heute um Marx Biografien geht und wenn der Antisemitismus erwähnt wird sehr oft instrumentell ich habe ja versucht das zu vermeiden aber hören wir dann noch die Abschlussmusik und und жиз sch �